Da brauche ich Strom und Super-Kilz. Aber was mich jetzt positiv überrascht hat, ist, dass ich da immer noch auf Suchen und Zerstören so hoch dran bin. Das hätte man nicht gedacht. Ich glaube, das ändert sich jetzt wieder. Nachdem es auf der Wand verfügbar ist. Es sind Feinde auf dem Vormarsch, die ihre Stellung in den verseuchten Landen stärken. Halte sie auf, bevor sie Schaden anrichten können. Was ist das? Oh, okay. So, jetzt muss ich etwas noch mal schnell schauen, auf wie viel habe ich denn das Artefakt? Das ist auf 3,65, das ist auch 3,65, gut. Ah, das muss ich noch machen, genau, das Artefakt muss ich noch rüber ziehen. Fellwinter, das darf ich vergessen. Genau, das muss ich nämlich da noch einstimmen beim Titan. Cool. Wo ist der Läufer? Vorsicht, die Spleißer haben einen Läufer abgesetzt. Doch, komm da. Gut. Also, das ist neu. Ja, wir können es schaffen. Was geschafft. Immer draufhalten. Man kann eine aber das macht ihn nicht unverwundbar Optimal schon wieder das nächste Event machen Hihi Das war's Ziel eliminiert Ziel eliminiert Oh, eine Brust hat's gegeben eine legendäre Brust Ich bin ja wieder in den falschen Turm gefahren Ich tippe Die physischen Ich bin ja nur Ich bin ja ich will ich bin ja Spendte Ich bin ja Ich bin ja Anything Das könnte dich interessieren. Also, das ist die Passzene. Ui, ein Ring des 14. Heiligen gibt es als Artefaktor, wer auch nicht gewusst. Jetzt krieg ich hier mal leer damit an. Komm wieder, sonst langweile ich mich. Komm wieder, sonst langweile ich mich. Das ist aber ein blaues Artefakt. Jetzt muss ich noch das Hellwinter einstimmen. Setzen wir mal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.